Ein und Fremde Tag ist hier! Tag ist hier noch 1st auf dem Finale! Wahnsinnsauftritt auf dem Finale neben der hier 1.2. 61,90 Meter! 1.91 zu schreien Boah, da von hierher die Kopfwolle! Was für ein Ärger! Ein Spitzepult! Und dann eine hektische Bewegung und zack! Ist da draußen! Ah, du meine Güte! Riesenärger! Riesenärger! Riesenärger bei Doris Matzka! Der Aufsicht sofort auf die Uhr schenken! Er hat so vor zehn Uhr gemerkt! Dann war er schon so weit rechts! Kuss vom Gas! Kostet Meter! Und er ärgert sich einfach so richtig! Er ärgert sich einfach so richtig!